all right herzlich willkommen zur pokémon feuerroth diese dinge sind übrigens markisen was ich glaube oder ich glaube so bezeichnet man das wie es ist ein sehr berühmtes luxus schiff welcome great oder die musik kindheitsträume wenn war bei dieser musik ist einfach wunderschön der beste soundtricks vom ganzen das ganze pokémon franchise würde ich ja mal sagen what's going on in the cabin a global police agent die frage ist ist das ein vorfahre von luca oder wie der typ heißen hat in diamond and pearl platinum da gab es ja irgendeine art von postgame content mit dem typen ich glaube in wo das in sun moon oder wo da gestrandet ist dann auf der insel sun and moon oder das glaube ich ja nidoran wird natürlich gleich einmal zerstückelt vernichtet zerstört was ist noch passiert mario maker 2 ist gelauncht youtube dreht komplett am rad die ganzen recommendations sind voll von mario maker 2 content und es ist ja auch vollkommen verständlich weil mario maker 2 einfach content mäßig unglaublich geeignet ist du kannst es in solche zeiteinheiten teilen wie du willst du kannst es splitten auf zehn minuten also auf irgendwie jetzt ein zwei level spielen du kannst einstündige parts machen kannst viele dinge tun ja mario maker 2 extremes hype game auf jeden fall blöder weiss braucht man natürlich elgato oder ähnliches um die geschichten zu rekorden das ist halt ein bisschen schwieriger als pc footage aber es wäre auf jeden fall für jeden fall einmal eine überlegung wert würde ich sagen weil das ist heute schon eine sehr nice geschichte also wenn ich mir als kind gedacht hätte oder eine mario level bauen ich wäre auszugte ich wäre komplett aus dass es tickt das hätte gar nicht mehr packt es ist what the fuck oder also props an nintendo und vor allem es gibt ja auch extrem viel content in dem spiel ich meine ob 3d world jetzt nötig war oder nicht aber es ist drin man kann clear pipes nutzen man kann diesen ganzen schmarrn nutzen da hat den katzen 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 geschichte da den katzen anzug oder wie das heißt es wäre ist ja spannend ob sie so so obskure sachen rein patchen oder erstens ob sie genere sachen rein patchen und ob sie so obskure sachen rein patchen wie so den pinguin anzug hat es glaube ich geben ich meine ich habe die wii geschichten nicht gespielt mario mäßig aber ich weiß da hat es ein pinguin geschichten geben wo man es am rutschen hat können was hat es noch geben so den hat es nicht einmal so einen frosch anzug geben und am geilsten war sowieso ein new super mario brothers der blaue blaue der blaue panzer der war so richtig geil wo man sich in eine kuppelschädel verwandeln hat können der war im versus war der extrem nice im versus war der wirklich oida das hat so asoziale situationen gegeben bei dieser einen map beim versus modus von new super mario brothers das diese eine map geben so richtig geil war wo du halt diese dings gehabt hast diese diese eisigen wollen sie sich jetzt hättbar dein diese eisigen und diesen eisigen untergrund oder hast du ihm so gerutscht und wenn dann der eine in stauchen gekommen ist und du hast anlauf genommen mit dem mit der kubel shell und hast einfach komplett abgeschossen und entweder in die gruben eine oder in oder halt damage und tod also schade dass es den versus modus in der form nicht gibt in mario maker 2 es gibt zwar mehr versus aber dieser versus ist halt mehr so ja der speedrun versus und nicht wirklich kielzeug gegenseitig das war richtig lustig das habe ich aber saugsüchtelt mit 2 ds damals also nicht bitten 2 ds mit 2 in ds systemen nintendo und ihre komischen naming conventions bringen auf jeden fall viel verwirrung hinein auf 2 ds systemen und das war eine richtige gaudi ich kann mich noch an viele von den maps erinnern die eis map hat es geben dann hat es eine geile map geben mit so wo nur pipes sind also die könnte man gar nicht rekonstruieren in mario maker 2 weil naja du kannst ja die pipes nicht mehr so überlappen das geht ja nicht mehr was schon ein bisschen schade ist aber da waren halt lauter so pipes und wenn du klein am mini mario warst hast du halt in gewisse ds rein können ich glaube mini mario gibt es auch nicht in mario maker 2 oder also es gibt viele sachen nicht ich meine da können sie solche obskuren sachen wie pinguin suit oder eisblume oder diesen ganzen schmarrn können es raus lassen wenn sie dafür nur den den panzer und den mini also den blauen panzer power ab das blauen panzer power ab und den mini mario reinbringen weil die waren richtig geil der mini mario hat ja auch auf wasser rennen können aber da war das nice das spiel wie die move to make meditate was ist das schnell user resit na das ist ja für psychopokon total unnötig psychopokon sind ja eher spezielle attacker also was die scheiße jetzt aber man weiß es nicht ja also new super mario bros 2 auf dem 3ds war dann nicht mehr so wie feiste kids das ist immer so creepy gewesen der sequel war nicht so nice meiner meinung nach die level waren einfach irgendwie nicht so geil designt und da hat es ja so unnötige da hat es ja diesen fokus gegeben auf Münzen und da hat es ja diesen unnötigen schmarrn gegeben bezüglich Münzen wo da halt ja da hat es ja diesen fokus gegeben auf Münzen und da hat es ja diesen unnötigen schmarrn gegeben bezüglich Münzen wo da halt diesen Block als Kopf gehabt hast und da hast du halt irgendwie Münzen gespawnt und da hat es irgendwie so Grinding 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 hat es auch gegeben Also es hat quasi als Zusatzchallenge gegeben Grinding 1 Million Münzen und dann ist irgendwas passiert Und ich habe die 1 Million Münzen nie geschafft weil ich habe angefangen das zu grinden Es hat so ein Level gegeben wo du auf so einem Schiff fährst Und ich habe aber nie die 1 Million Münzen geschafft Keine Ahnung Und ich wollte es auch nicht nachschauen weil das ist irgendwie lame im Internet nachschauen was da passiert Es ist irgendwie schon ein bisschen gay Also es Ja Das war auf jeden Fall mit dem Cliffhanger Ende dieser Episode Das war diese Episode von folgenden Feuerrot Und Bis zur nächsten Die folgt sogleich Zumindest in der Aufnahme Bye Zumindest in der Aufnahme